Gut. Jetzt sind wir hier links. Ich halte die Grafik schon echt geil. Ich habe auch schon positive Bewertungen bekommen. Also halte ich nicht positive Bewertungen, sondern dass andere YouTuber auch finden, dass die Grafik sich extrem verbessert hat. Noch mal hier, da gab es zu mir auch noch einen Antrag. Wie ich in Skype heiße, das ist Pigman1711, einfach so wie mein YouTube-Kanal ist. Schreibt mir einfach die Anfrage, ich werde euch dann annehmen. Jetzt müssen wir hier aber erstmal... ...Mais wegbringen. Äh... ...Mais ist jetzt gesunken, oder was? ...Mais weg... ...Mais... ...Mais... ...Niga, alles bringt jetzt doch weg. Einfach weil ich... ...weg haben will... Gut, wir haben 7.806 und ich vermute, wir haben vielleicht so um die 10.000, hoffe ich doch mal. Was, wo hält der denn? Ach, vielen Dank. Ich halte mich sogar an die Straßenverkehrsdauer, zumindest so ein Teil der Bevölkerung. Dankeschön. Also, wenn ihr auch findet, ich soll euer Troxy Moment oder 2 Let's Play in einen von in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, vermutlich erst, hätte ich vielleicht jetzt Play es auch gar nicht, weil ich will jetzt alle neue Spiele erst anfangen, wenn ich meinen neuen PC hab. Ja. So. Ich bin mal hier hoch, weil jetzt muss ich mal hier oben hin. Und dann muss alles hier reingießen. So. Schön hier runter. Ja, da hinten standen wir noch im letzten Rad. Oh, ein Wohnwagen. Ja, da kann man nicht klauen. Oh, da ist ein Hufall. So. Die Kästen. Also, ich find's sehr geil gemacht. Ich weiß, es macht die vielleicht nicht, aber ich bin einfach zu faul, sorry. So. So. Also, man kommt hier ja gut durch. So. Also, geht's einfach schneller. Hier hat mal ein roter Traktor steht da hinten. So. Pee. Was, den hab ich? Wollen wir gucken, wo der steht. Ah, hinterm Anhänger. Ja, ich... Stift, den hab ich mir ja gekauft. So, und dann brauch ich noch ein Frontgewicht. Hey, den muss ich mich wirklich da aufladen. Ist doch... ...und dumme Streuer, oder? ...und dumme Streu... ...hä? Ich hoffe nicht. Ich rufe ich noch mal da an. Deshalb müssen wir nicht, weil ich sich auf den Bündnerstrahl angeschaltet habe. Wir haben da nur noch 1.000 ... 603 ... das war sehr gut gekauft. Gut, dann machen wir es nicht mehr einfach. Ja und aus. Reihe für Reihe. Achso, das geht zu weit. Aber das geht nicht so weit. Sondern nur die Breite hier. Aber anscheinend geht das sehr breit. So. So. Den Dingerstrahl stelle ich hier hin. So. So. Gut. Nehmen wir das wieder an. Mal über den anderen. Nehmen wir das alles hier rein. So. 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 Ich hab da nicht mitgenommen. So. 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 So, ja, Helper macht's schon. Das müssen wir jetzt schon mal wieder rein. So. So, weil den packen wir jetzt noch nicht. Einfach weg und wir machen dann die Lagerstadien und endlich groß machen wir jetzt mal ein Paton machen. Patonchen. Und dann fahren wir einmal mit dem Großen und das alles weg. Jetzt wird ja hier unten rechts in der Grafik, rechts halt, angezeigt, wo auf welchem Gerät man ist. Da, 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 da. Oh, ich sehe die relativ gut. gut eins so nehmen wir den da dran ich würde sagen, der hängt okay, okay das ist nur der, gut, ja gut